Hallo, hallo. Sind alle da? Bock a la Bock! Ich glaube, nach Phasmophobia muss ich dann irgendwas, sowas, sowas leichtes spielen, sowas wie, keine Ahnung, Rettet die Glücksbärchis oder sowas. Nur eine Kamera, da kriegst du schon wieder einen Anfall. So, was müssen wir machen? Entdecke den Geist. Kruzifix, schade, haben wir nicht. Foto vom Geist. Ah, lassen Sie den Geist durch Salz wandern. Sehr gut. Foto und Salz. Haben wir eine Kamera? Wir haben eine Kamera. Fuck. Ich hab so keinen Bock, Leute. Ich hab so keinen Bock. Ich hab so hart keinen Bock. Ich hab den scheiß Schlüssel vergessen. Ich kack ab, die Zeit läuft und ich hab den Schlüssel vergessen. Was bringt die Zeit? Die 2 Minuten 30 sind die Zeit, wo der Geist aktiv ist, aber nicht huntet. In der Zeit kann er mich nicht töten. Das ist also 2 Minuten 30, wo man sagt, okay, gib Kick. Boah. Deswegen alles easy. Aber er kann halt Quatsch machen, so. Boah. Ich hab Gänsehaut pur, gell. Ich sag's euch. Hallo. Oh mein Gott. Du kiffst doch. Hör doch auf. Boah. Es gibt ja noch Voodoo-Puppen. Oh mein Gott. Bitte sagt mir, dass ihr das wart. Der Schritt war grad so close. Wo bist du? Wo? Oh Mann. Alter, sag mir nicht, dass ich im Geisterraum bin. Sind wir unsicher, dass sie da ist? Ich bin halt nicht so gut im Geisterjagen, ne? Bin ich ehrlich. Ich würde aber sagen, wir nehmen das nochmal mit. Weil die hat ja da hinten ganz schön viel angetatscht, so. Boah, ich hab so keinen Bock, Alter. Ich hab so keinen Bock, da reinzugehen. Hä? Wo war das? War das hier? Oh mein Gott. Alter, hier sind überall Steps. Ich schwör's dir, die ist hier irgendwo. Die muss da unten sein. Am Ende ist sie da im Schlafzimmer. Die macht hier so viel Dardo. Hallo. Hallo. Oh mein Gott. Junge, 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 Junge. Also entweder ist sie da in dem Schlafzimmer oder for real in dem Bad. Also die ist da auf jeden Fall. Ich glaub, wir haben da, wir haben da einen Riecher gehabt. Ich sag dir, werf die Buch ins Klo. Oh, okay. Muss mir erst nochmal, ich muss mir erst nochmal einen Schlugi antrinken, du. Wo bist du? Wo gehst denn hin? Wo bist du? Wieso hab ich euch überhaupt die Wahl gelassen? Ich hätt' einmal den scheiß Tempel machen sollen. Mach mal Licht wieder an. Ja, die hat den Sicherungskasten rausgeballert. Deswegen ist überall das Licht wieder aus. Was meinst du, warum ich da nicht reingehen will? Der Sicherungskasten ist aus. Okay, komm. Ein Schluck noch und dann gehen wir rein und machen den Sicherungskasten an. Hallo? Hallo? Waaat? Boah, da ist sie. Fuck you. Fuck you. Fress den Dicken. Fress den Dicken. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Nein, nein, nein. Oh, fuck, man. Alter, habt ihr das die ganze Zeit, wenn ich auf mein Headset gezippt habe, habt ihr das gehört, wie der die ganze Zeit gehaucht hat? Die ganze Zeit dieses... Habt ihr das auch die ganze Zeit gehört? Musst mal gewinnen. Ja, das sagst du so leicht. Lass mich auf Anfänger spielen, da gewinne ich vielleicht. Oh, ekelhaft. Die war so auf der du aus. Und dass es eine Jurai war, erklärt, warum die mich so fucking schnell eingeholt hat. Ich glaube, Jurai ist ein Übelschnell. Boah. Ja, gut, mein ganzes Zeug ist halt jetzt schon wieder weg. Ich hab nur 94 Dollar. Scheiß drauf. Also, da war es auch dro44. Untertitelung des ZDF, 2020